So, ich, Idiot, habe, gleich fällt mir das Handy ja noch runter, habe total vergessen, die ganzen Produkte beim Namen zu benennen. Handy, bleibst du jetzt mal so stehen? Nein, bleib nicht so stehen, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, die ganze Zeit blieb es eben stehen. Ja, sage mal, diese, gibt's doch jetzt nicht. Das Ding, wo es trotzdem ist, glaub ich jetzt nicht mehr. Ja, also, Zen Shape heißt Kalorienverbrenner, Zen Prime, der Entgifter, das halte ich das Handy so fest, Pulver zum Shaken, heißt übrigens Zen Fuse. Und dann, das halt, dieser ist ein ganz normaler Shaker. Der heißt auch nicht besonders, der heißt einfach nur Shaker. Ähm, ja, und deswegen, ähm, das muss man alles natürlich wissen, ich hab das eben total vergessen, alles, die ganzen Produkte zu benennen. Ähm, ja, das braucht man, das ist so das Zen Body Programm, damit man Funde verlieren kann. Das regt mich hier so auf, ne, dass das hier alles rutscht. Ähm, ja, das, äh, braucht man alles. Um, äh, ja, um dann auch wirklich, äh, wenn man alles einhalten will, man braucht es nicht, nein, man, man, man kann es auch, ihr könnt auch nur, ähm, diesen Kalorienverbrenner bestellen. Wenn ihr damit, wenn ihr sagt, nee, ich will aber gar nicht 10, 20 Kilo abnehmen, ich möchte nur 1 oder 2 Kilo, dann reicht dieser Verbrenner total. Dann, also, äh, für mich, ich hab's schon mal ausprobiert mit den Verbrennerkapseln und, ähm, reichte für mich, da hab ich auch meine 1, 2, 3 Kilo abgenommen. Ähm, aber wenn man eben halt das ganze Komplexe haben möchte, wenn man das alles, jetzt, wenn man sagt, Mensch, ich muss unbedingt 15 Kilo oder so abnehmen, dann empfiehlt es sich wirklich, diese ganzen Produkte, ähm, im Haus zu haben. Wie gesagt, ich verlinke euch meine Website, ähm, die ich bei Janess habe und, äh, dann könnt ihr da alles nachschauen. Und wenn ihr Fragen habt, bitte, tut mir den Gefallen und fragt, ja, dafür bin ich da. Nützt nix, wenn ihr nur die Hälfte versteht und, äh, ich weiß dann die andere Hälfte und ihr fragt mich aber nicht. Das ist Quatsch. Also, bitte fragt mich. In allen, alles, in allen Produkten, die, ich hab schon viele, viele, viele Produkte ausprobieren dürfen, war voll begeistert davon, ich hab ja schon ein paar Videos gemacht. Und, ähm, mega, mega wichtig ist mir das, dass ihr dann auch wirklich fragt und nicht einfach schluckt, einnehmt, trinkt, was auch immer, wie auch immer. Nein, wenn ihr was nicht wisst, ich helfe gerne, wirklich, ohne Witz. Dafür, dafür sind wir Partner von Janess. Das ist ganz einfach so, das ist eine große Familie und, ähm, ist auch gut so. Da hilft jeder jedem. Und, ähm, ja, auf mich zukommen, liebe Melanie, wie ist das und das und dies und das und tralala. Und, ähm, dann gebe ich auch natürlich Auskunft und, äh, werde euch dann auch da beraten. Ähm, euch zur Seite stehen und alles Mögliche und wie auch immer, ne. Nur man muss halt eben fragen, das hab ich selber auch getan. Also, ich wusste ja nun auch nicht alles, ne. Und ich wusste gar nichts. Hab mich dann da hingesetzt, meine Bücher genommen, die dazu, ähm, die du kriegst, wenn du da ein Paket bestellst und Mitglied werden möchtest oder wirst, dann kriegst du ein Paket und da ist dann alles drum und dran drin, sozusagen. Und, ähm, ja, kann man sich dann schlau machen, wenn man denn wissen will, weil ich möchte ja auch wissen, was trinke ich da eigentlich? Was schlucke ich da für Kapseln? Natürlich will ich das wissen. Es gibt so viele Produkte, die den, also dieses alles von Janess ist aufeinander abgestimmt. Da hast du kein Produkt, was nicht auf das andere abgestimmt ist. Und das ist richtig geil. So, jetzt aber hier aufhören zu labern. Ja, okay. Einen wunderschönen Abend. Macht es euch noch ein bisschen gemütlich, bevor es ins Bett geht und, ähm, bevor ihr dann morgen wieder früh aufstehen müsst oder ausschlafen könnt, wie auch immer. Ja. Wir hören, sehen uns. Ciao, ciao.